Der König und seine zwei Söhne Der König und seine zwei Söhne erzählt von Nils Respondek, frei nach einem thailändischen Volksmärchen. Vor vielen, vielen Jahren lebte einmal ein König in einem großen Schloss mit hohen Türmen und hellen Fenstern. Das Schönste des Schlosses war aber der prächtige Festsaal, die Königshalle. Zweimal tausend Gäste hatten darin Platz, wenn der König ein Fest feierte. Und er feierte gern und viel mit seinem Volk und seinen zwei Söhnen. Vielleicht war auch dies ein Grund, weshalb der König so beliebt war. Ganz bestimmt lag es aber auch daran, wie der König sein Königreich regierte. Stets versuchte er zum Wohle des Volkes zu handeln. Es war ihm wichtig, dass es den Leuten gut ging und sie sich im Königreich wohlfühlten. Der König wusste, dass er schon lange König war und dass auch er nicht endlos leben wird. So kam es, dass er eines Tages seine zwei Söhne zu sich rief und sprach, Meine lieben Kinder, ich bin nun alt geworden und werde nicht mehr ewig leben. Einer von euch beiden soll nach mir das Königreich regieren. Nun ist die Sache die, ich habe euch beide lieb und weiß nicht, wem ich den Königsthron und das Land geben soll. Deshalb sollt ihr eine Aufgabe lösen. Wem das am besten gelingt, der soll König sein. Die beiden Söhne waren einverstanden und fragten, Vater, was sollen wir tun? Ja, was sollten die beiden Söhne denn nur tun? Das fragten sich auch die Bediensteten, die mit im Raum waren und so alles hören konnten. Ihre Ohren wurden immer größer. Da sprach der König, ich gebe jedem von euch ein Goldstück. Kauf davon etwas, das die große Königshalle bis unter das Dach ausfüllt. Nicht ein einziger Winkel darf frei bleiben. Und, was ihr kauft, muss an einem einzigen Tag in die Königshalle hineingetragen werden. Geht nun und wählt gut. Die beiden Königssöhne gingen davon und überlegten. Schnell haben die Leute mitbekommen, dass sich beide Söhne getrennt voneinander auf den Weg gemacht haben. Sie munkelten und sie spekulierten, wohin sie wohl reisten. Es dauerte aber gar nicht lange, da hat sich herumgesprochen, was der König und seine Söhne besprochen haben. Diese Nachricht und diese Aufgabe waren so spannend, dass sie die Bediensteten nicht für sich behalten konnten. Der ältere Sohn machte sich auf den Weg in den Norden. Tag und Nacht wanderte er durch Städte und Dörfer und er suchte nach dem, womit er die große Königshalle würde ausfüllen können. So kam er schließlich zu einem Bauern. Der hatte große Scheunen voller Stroh. Der Königssohn sah, dass der Bauer das Stroh für wenig Geld verkaufte. Da freute sich der Königssohn und dachte bei sich, Ich weiß, was ich tue. Mit diesem Stroh fülle ich die Königshalle des Vaters und dann werde ich König sein. In Gedanken plante er schon seine Krönung und rieb sich die Hände. Er kaufte also dem Bauern das viele Stroh ab und ließ es auf riesige Wagen laden und fuhr es zum Schloss. Von morgen bis zum Abend trug er das Stroh in die Königshalle hinein. Als es dunkel wurde, war die Halle gefüllt. Keine Hand hat mehr irgendwo hingepasst. So voll war die Halle. Die Leute trauten ihren Augen nicht. So, sagte der Sohn, Ich habe die Aufgabe als erster gelöst, Vater. Damit ist klar, wer einmal König werden wird. Nur mit der Ruhe, sprach der König. Wir werden sehen. Seine Minister und der König warteten nun gespannt auf den jüngeren Sohn, der ebenfalls ausgezogen war. Wird er die Halle ausfüllen können, fragten sie sich. Und wenn ja, womit wird er es tun? Die Tage vergingen und die Gerüchteküche brodelte nur so vor sich hin. Die Leute erzählten sich die wildesten Geschichten rund um den König und seine Söhne. Einige behaupteten sogar gehört zu haben, der jüngere Sohn käme nie wieder zurück zum Königreich und überließe seinem größeren Bruder freiwillig den Thron. Als schließlich drei Tage vergangen war, kam aber auch der jüngere Sohn zurück ins Schloss. Schnell versammelte sich eine Menschenmenge, um zu sehen, was er wohl dabei hat. Alles, was die Menschen sahen, war nichts. Der Sohn hatte scheinbar nichts dabei. Keine Wagen, die ihm folgten, keine Tragetaschen, in denen er etwas transportierte und sogar seine Hände waren leer. Eine aufgeregte Stimmung verbreitete sich im Schloss und reichte bis ins Dorf hinein. Auch der König und sein älterer Sohn haben mitbekommen, dass nun auch der jüngere der beiden Brüder zurückgekehrt ist. Natürlich wollten auch sie wissen, was er dabei hat. Doch der jüngere Sohn wies sie vorerst zurück und verkündete, dass sich alle im großen Festsaal treffen sollten, wenn die Sonne untergeht. Die Stunden vergingen wie in Zeitlupe und die Sonne wollte und wollte einfach nicht untergehen. Die Spannung am Hof war kaum auszuhalten. Doch endlich war es soweit und die Sonne begann unterzugehen. Viel zu früh hatten sich die Menschen an und in der Königshalle zusammengefunden. Niemand, aber auch wirklich niemand, wollte hier etwas verpassen. Auch die Königsfamilie kam, als die Sonne halb untergegangen war. Der ältere Sohn, siegessicher, weil er die Aufgabe als erster gelöst hatte, lehnte sich lässig an eine Säule und beobachtete aus der Entfernung, was nun passierte. Selbst der König wurde etwas ungeduldig und wollte endlich wissen, was sich sein jüngerer Sohn ausgedacht hatte. Dieser befahl, die Türen zu schließen und zu warten, bis die Sonne ganz untergegangen und der Saal völlig finster war. Es war totenstill. Selbst die Kinder trauten sich kaum zu atmen, versuchten sie doch in der Dunkelheit zu erkennen, was nun passierte. Eigentlich konnte niemand so richtig erkennen, dass der jüngere Sohn in die Mitte des Saals ging, in seine Manteltasche griff und etwas aus ihr herausholte. Nachdem er sie auf den Fußboden stellte, zündete er die Kerze an. Sofort erleuchtete ihr heller Schein den gesamten Saal. Er reichte bis an die Wände, an die Decke, ja bis in die letzte Ecke schien ihr kleines, warmes und flackerndes Licht. Das Licht dieser Kerze hat wirklich fast jeder Person im Raum ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. An manchen Orten erzählt man sogar von einigen Freudentränen, die geflossen sein sollen. Alle waren so ergriffen. Niemand konnte jetzt etwas sagen. Doch dann ergriff der König das Wort, legte seinem Sohn beide Hände auf die Schultern und sprach, Mein Sohn, du hast klug gewählt und den Leuten das gegeben, was sie am meisten brauchen, Licht und Wärme. Dein Bruder hingegen hat die Halle gefüllt mit nutzlosem Zeug und dafür auch noch Gold des Königreichs ausgegeben. Darum, mein lieber Sohn, sollst du nach mir König sein. Die Minister verneigten sich und das Volk rief, ja, er soll der neue König sein. Lang lebe der König. Da freute sich der Königssohn und seine Augen strahlten wie das Licht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017